Musik Auch wir, der Musikfreund Sigmars Wangen, sind dabei bei der Code Water Challenge 2014. Ein Gruß geht an den Musikfreunden aus Fischingen, unsere Fahrgruppe, die uns zum heutigen Tag nominiert hat. Liebe Musikfreunde aus Fischingen, das mit dem Grillfest wird nichts, weil wir haben auch ein wenig was vorbereitet hier im Wasser. Und ich darf gerne so einmal vorbeikommen, aber wir grillen leider nicht. Dafür darf ich jetzt am heutigen Tag zwei Musikfreunde nominieren, die ebenfalls innerhalb von acht Tagen ein Stückchen spielen müssen, im Wasser, im kalten Wasser. Wenn sie das nicht machen, dann müssen sie uns einladen zum Grillfest und nominieren würden wir den Musikverein aus Fischingen und den Musikverein aus Bochinger. Und damit wir das jetzt auch richtig machen, sind Spielmeister im schönen Schwabenland. Okay, dann geht's ein bisschen jetzt halt. Okay. Oh, was ist die Zene? Okay. Oh, was ist die Zene? Oh, was ist die Zene? Musik 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 Das war's, das war's!